Was geht ab Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Auf geht's zum Training. Was geht denn Wir haben heute einen Booster getestet bzw. wir testen ihn gerade und er knallt richtig. Also ich würde sagen erstmal zum Training. Dann sage ich noch mal ein paar Worte zu dem Booster. Aber der Booster Test der wird auf jeden Fall folgen. Auf Nils Kanal und wahrscheinlich dann auch wieder bei mir irgendwann. Das Training ist vorbei und es war richtig richtig gut. Ich war aber noch beim Boxen so 20 bis 30 Minuten so ein bisschen. Einfach nur ein bisschen Cardio machen. War auch gut anstrengend. Vor allen Dingen weil wir ja den Booster getestet haben. Und dann hatte ich noch übelst den Fokus. Aber die Energie war so ein bisschen komisch beim Training. Das seht ihr dann im Booster Test wie schon gesagt. Aber dann war ich beim Boxen. Und beim Boxen war es dann einfach so, dass ich mich übelst überwinden musste. Da überhaupt durchzuziehen. Aber ja dadurch dass da der Trainer war und da immer gepusht hat und sowas. Hat man natürlich einfach durchgezogen und ja war übelst anstrengend. Auf jeden Fall kranker Fokus auch beim Boxen. Und ja ich würde sagen erstmal jetzt was essen. Ich bin übelst kaputt. Das Schultertraining war auch heftig. Ich habe auch nicht mehr viel Akku. Deshalb würde ich sagen erstmal ordentlich essen. Und dann weiter gucken. Was geht ab? Ein anstrengender Tag ist vorbei und heute ist Montag. Das heißt Brusttraining. Wieder ganz zufällig an dem Montag wo alle Brust trainieren. Aber ich denke mal das wird kein Problem sein. Weil abends ist es ja immer voller und wir gehen ja mittags jetzt trainieren. Und deshalb mal gucken. Ihr habt gerade gesehen 5148 Abonnenten. Danke erstmal für die 5000 und danke für die 148. Es sind ungefähr so 150 bis 200 neue Leute dazu gewandert. An alle Wanderer erstmal herzlich willkommen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben wer neuer dazu gekommen ist. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ich mache mich jetzt erstmal auf Milch zu Nils. Und dann geht es auf zum Brusttraining. Angekommen im Gym. Erste Übung. Bankdrücken. Brusttraining wie gesagt. Ich freue mich. Ich habe echt Bock. Und erstmal 90 Kilo. Mal gucken was geht. Oh. Gut. 100 kg jetzt mal drauf mal gucken was geht optimale musik für die kraft abkirc abkirc Nächste Übung, Schrägbankmaschine von Hammerstrampf, die super in klein, weil die ist super, weil ich finde es super. Mitleuchtet ja der Kamera. Okay, ab geht's. Ich weiß nicht, wie viel Gewicht da drauf ist. 40 pro Seite. Geil, einfach pushen. Easy. Nächste Übung, Wide Chess, wie man hier sehen kann, mit drei 15ern drauf. Ich zieh die Schultern bewusst ein bisschen nach oben, fürs Feeling einfach, fürs Feeling. Schön langsame Negative. Ich weiß nicht, wie man hier sieht, wie man hier auf der Kamera sieht. Nächste Übung bei mir, das war bei uns. Fleiß am... Fleiß am Kabelturm. Übrigens mache ich heute keine Arme, da ich gestern schon Arme getraint habe. Deshalb passt das irgendwie nicht so heute. Also ich könnte natürlich heute auch Arme machen, denn MW ist Arm Day, aber ich höre mal ein bisschen auf die Regeneration. Ich weiß nicht, wie immer. Ganz frei ist. Ah, Fynn. Fynn. Das war's für heute. Das Training ist vorbei und jetzt geht's jetzt mal nach Hause was essen. Nils trinkt ganz vorbildlich sein Post-Forkout-Shake, um den Anabolen, das Anabole-Fenster auszunutzen. Um dem Katabolenteufel entgegenzuwirken und das Anabole-Fenster so wenigstens auf Kipp zu machen. Ja, scheiß drauf, ey. Oh, ein Regentropfen, Alter, der Bastard. So, mach's gut, Nils. Amir, wir sehen uns morgen. Ciao. Ein alter Frische, auf jeden Fall. Richtig nice gewesen, das Training bei mir, wie gesagt. Und jetzt gibt's eine kleine Zwischenmahlzeit bei mir. Wie man sehen kann, ein paar gefrorene Beeren. 100 Gramm Aferflocken. Und da ich grad merke, die Schüssel ist ein bisschen zu klein, wird hier ein bisschen umorganisiert. Und 30 Gramm Whey. Zack, 29 Gramm. 29 Gramm. 30 Gramm. Ein bisschen Freestyle rühren, damit, ja, einfach damit sich das alles durchfischt. Ich hab das Gefühl, dass ich grad schon hier ein Rezept mache, ey. Das geht ja gar nicht. Auf jeden Fall heißt das Wasser noch rüberkippen bzw. kochen das. Zack, 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 zack. Nicht zu viel. Ordentlich umrühren und dann ein bisschen stehen lassen. Dann habt ihr ein geiles Porridge. Optimal würd ich sagen, das andere Essen kocht auch. Also ich würd sagen, Ernährung heute wieder top. Und ja, erstmal schön essen und dann mal gucken. Bei mir heißt es wieder Leben am Limit. Also eigentlich passt niemand so viel in diesen Topf rein, aber ich krieg das irgendwie immer wieder hin. Das so über die Gefüllchen springen. Eieieiei. So sieht das Essen aus. Sieht saftiger aus, glaube ich, als es im Endeffekt schmeckt. Zelt Reis, Nudeln, Linsen, also nichts spektakulieres eigentlich. Und irgendwie hab ich übertrieben Bock auf ein Monster. Das gründet mir jetzt. Schön kühles Monster. Ballert. Ja, ballert auf jeden Fall. Die Ernährung war heute ganz in Ordnung. Allerdings muss ich sagen, dass mir noch einiges fehlt. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es essen werde, da es schon ziemlich spät ist. Eventuell werde ich es einfach morgen essen, da ich, ja, wie gesagt, ich bin so flexibel mit dem Aufbau. Also deshalb brauche ich mir da keinen Stress machen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keinen Bock, mich so richtig voll zu stopfen, kurz vorm Schlafen gehen. Da bin ich so ehrlich. Auf jeden Fall habe ich einige Kalorien getankt. Mir fehlen eigentlich nur 500 Kalorien. Also das ist eigentlich nichts. Das kann ich morgen früh einfach wegsnicken. Und dann habe ich das alles gesaved. Und damit beende ich jetzt auch dieses Video hier. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Es war ein Sonntag- und Montagsvlog. Also, was heißt Sonntags- und Montagsvlog? Sonntag habe ich eigentlich gar nicht so viel gefilmt. Wie gesagt, ich war halt echt im Arsch nach dem Training. Und ich hatte auch nicht mehr viel zum Filmen, weil ich nicht viel gemacht habe. Deshalb denke ich mal, dass es so gepasst hat, wie es gepasst hat, wie es gefilmt wurde. Was? Und wahrscheinlich werden sich jetzt einige, die neu dazugekommen sind, übelst wundern am Ende, wenn ich mein Video beende. Aber das werde ich dann anhand der Kommentare merken. Wie gesagt, kommentiert auf jeden Fall, wenn ihr neu am Start seid. Und damit würde ich sagen, ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Wenn das so ist, dann freut mich das natürlich auch. Und ich sage wie immer nicht, gebt dem Daumen am Video nach oben, sondern macht, was ihr wollt. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das macht und auch bei den nächsten Videos vorbeischaut. Und auch abonniert, falls ihr noch nicht abonniert habt. Denn die 5.000 Abonnenten sind schön und gut. Aber ich habe größere Ziele. Ich will die eine Million. Sonst sind oft zu 10.000 Abonnenten, auch wenn das ein größeres Ziel ist, was ich mir vorgenommen habe. Aber ich denke mal, wenn man positiv denkt, dann schafft man das auch. Und ich merke, dass ich schon ziemlich müde werde. Deshalb würde ich sagen, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein, wenn es wieder heißt. Amir on Tour, Amir im Gym, Amir. Okay, es reicht jetzt leider. Gebt alles im Training, bis zum nächsten Video. Das war's. Gut. Gut.